so leute herzlich willkommen zu einer weiteren folge final fantasy wir sind hier stehen geblieben wir sind gerade von draußen rein wir haben die mission zu Ende gemacht und ich habe kurz die punkte verteilt und jetzt schauen wir mal ja Ok, der steht dann anscheinend auf die RAM, oder wie sehe ich das? So, die erste Mission geschafft. Wow. Beside ich mir so gern, die wir uns wiederholfen. Ja, das sind dann los. Rubrum, Frau, wenn es keine Probleme gibt, würde ich gerne deine Unterstützung bitten. Oh, ja, Frau? Wir sind Envoy für den Kingdom von Concordia. Wir müssen mit dem Chancellor sprechen, schnell. Wir wollen wissen, wo wir ihn finden können. Wir bekommen direkte, aber die scenery mir so impressed hat, dass ich uns verloren habe. Der beste Weg nach dem Chancellor ist, indem wir durch den Magik Portal nach vorne gehen. Oh, mein. Es scheint, dass wir jetzt ziemlich den Detour haben, haben wir? Wir sind sehr sicher. Ich bin sicher, dass du, wo du gehst. Ich bin sicher, dass du, wo du gehst. Ich bin sicher, dass du, wo du gehst. Okay. So, guck mal auf die Zeit, wenn du da. Ich muss die Aufrufe zeigen machen, dass meine Mission beginnen kann. Das war's für heute. Ich kann jeder sagen was er will, aber ich vertraue ihr nicht. Die führt irgendwas im Schild. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie auch damit was zu tun hat. Vor allem die Kinder von der regen ich auf. Das war's für heute. 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 Wir sehen uns im Schild. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Machina. Looking for something? Uh, yeah. Capital Liberation Campaign Report. What do you want to know? Oh, you know. Just some stuff. I see. So, uh, I guess even Class Zero doesn't have access to top-secret mission reports, huh? Oh. Only Division Heads have the authority to read Classified Mission Reports. Any particular reason you want to know? Oh. I was just a little curious. Oh, hello. What are you two talking about? Oh. Nothing important. See ya. Uh, did I happen to interrupt something? Ace? There's something familiar about him. Something familiar, you say? When I look at Machina, I can't help but feel like I've met him before. What do you mean by that? I don't know. I wish I knew. Okay, wenn ich noch mit einem rede, fängt er die Mission an. Daher gehe ich mal erst in Class rein. Schau mal, ob... ...da was gibt. Dann, wenn ich die Brüste hab'n alles... Da, hört, hört. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du Pau? Ich finde den so geil hier. Hallo? Mit dem Messer da. Wie cool. Super? Super? At ease. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020